So, kleiner Zwischenstand. Ich melde mich aus der Kategorie Helden des Alltags. Ich habe anstatt eine Portion für drei Personen für 21 Personen gemacht. Aber, ja, es ist noch ein bisschen was da. Das sind meine Bratlinge. Ihr merkt, es funktioniert. Nur man sollte halt einfach schauen, dass das mit den Portionen so ist, wie am Bursch steht. Weil ansonsten, mei, macht mir halt das ein bisschen mehr leid. Aber das macht nichts. Ich habe gesagt, es schaut wirklich geil aus. Das werde ich heute dann, was ich nicht scharf, einfrieren. Und dann habe ich immer wieder was davon. Fini, was sagst du dazu? Der ist auch genauso fertig wie ich. Also, ich melde mich wieder und sage, ich habe es was gewohnt. Für dich, baba.